Region Saale Unstrud ist meine Heimat, ich bin halt hier aufgewachsen, ich kenne hier jede Ecke, jeden Winkel, ich kenne jeden Fluss und jede Pfütze sozusagen. Nach dem Studium zog es mich nach Frankfurt und habe dort ein bisschen mehr als zwei Jahre in einem Ingenieurbüro gearbeitet, habe im Jahr 2017 gekündigt und bin auf Weltreise gegangen. Und irgendwann war dann so ein bisschen, ja, nicht Heimweh, aber man könnte ja mit der Freunde, Familie mal zurückhaben und bin dann hierher zurückgekehrt nach Weißenfels. Man wird halt immer mit offenen Armen empfangen, danach tun sich halt auch verschiedene Möglichkeiten auf. Dauerte auch nicht lange, bis ich einen Job hier gefunden habe im Saale Unstrudgebiet. Die Arbeit als Hoteldirektor kann ich noch nicht so konkret bewerten, wenn ich offen und ehrlich bin. Was mich aber reizt an der Geschichte ist halt, dass ich wieder mehr mit Menschen zu tun habe, mehr kommunikativ sein kann und auch Leuten, die hier zu Besuch sind, unsere Region näher bringen kann. Also Geheimtipps gibt es sicherlich noch einige zu finden hier in der Region. Was für mich ganz toll ist, ist immer diese Kombinierbarkeit von Outdoor-Aktivitäten mit Geschichte, mit Weinbau, dass man das halt alles irgendwie verbinden kann. Das Potenzial der Region, finde ich, liegt mehr so in allem, was noch unerschlossen ist, wo Leute kommen mit kreativen Ideen, die sagen, Mensch, ich kenne das vielleicht aus der Großstadt, aus der Region in Deutschland. Und das fehlt irgendwie hier im Saale Unstrudgebiet. Und da kann ich mich einbringen und da kann ich was bewirken und ich weiß, die Nachfrage wird dann groß sein. Ich glaube, die Region wird immer noch viel übersehen. Ich glaube aber gerade hier im Tourismus gibt es viele Möglichkeiten, Saale Unstrud was zu bewirken. Mein Rat für Heimkehrer ist, sich erstmal bewusst zu machen, was man in einer Heimat liebt, was man dort bewirken kann. Seid ein bisschen dankbar vielleicht, dass ihr die Chance habt, hier zu wohnen und das auch anderen Leuten näher zu bringen.